Ja, heute mal am Test die Mythos-Fontäne von Röder. Ich halte ja eigentlich nicht viel von Testvideos, aber die wollte ich mal testen und stelle mir dazu mal ein Video. Ja, jetzt sind wir am Test die Mythos von Leslie. Soll ja eine reine Smarty-Effekt-Batterie sein. Mal gucken. Ah, nicht. Ah, leider recht frei habe ich. Ja, war ganz nett, aber die Laser hat glaube ich um einiges bessere und mehr Farben. Ich glaube die Laser hat Pink, Orange und alles sowas noch mit drin. Die hat hauptsächlich so Farben wie die Standardfarben. Rot, Grün, bisschen Blau war dabei, Gold, aber sonst nix tolles. Naja, schade.